Freunde, wir befinden uns hier vor dem Jobcenter in Darmstadt und ich muss da ganz klipp und klar sagen, herzlichen Dank an diese Institution, an dieses schöne Gebäude, weil es hilft noch immer wieder vielen bedürftigen Menschen aus der misslichen Lage, wenn sie doch gerade im No-No sind, ihr letztes Geld in der Spielothek verzockt haben, beim Wettbüro oder in Frankfurt ein bisschen feiern wollen. Nein, natürlich trifft das auf mich nicht zu. Wir werden jeden Cent zweimal umlegen müssen bei TV-Plauz, denn wir haben riesige Verbindlichkeiten in Höhe von etwa, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Und jetzt noch mal eine Lobeshymne an diese schöne Haus. Oh Jobcenter, oh Jobcenter, wie lieb ich dich so sehr. Du zahlst mich aus, wenn ich es brauch, gibst mir mein Geld, wenn ich es brauch. Oh Jobcenter, oh Jobcenter, wie süß sind deine Scheine. Du bist für mich da, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wenn mein Strom nicht bezahlt wird, gibst du mir Darlehen. Oh Jobcenter, oh Jobcenter, I love you. In diesem Sinne, meine Freunde, bleibt mir doch drei. Und wenn alle Stricke reisen, euer Studium mit euch ankotzt, die Schule euch auf die Nerven geht und der Ausbilder mal wieder Stress macht, dann meldet euch doch bei Plauze, den neuen Vermittler zum Sozialgesetzbuch 2. Wir sorgen dafür, dass ihr hier unterkauft, den Kurs Gerrrauerbisch 899 und dann wisst ihr doch schon, wo das abläuft. Denn Plauze wird euch dann mal tatkräftige Unterstützung leisten und euch in den Leistungsbezug vermitteln, sodass ihr dann euer Geld bekommen. Keine Sorge mehr habt. Und keinerlei weitere Probleme habt. Ich sind meine Freunde. Grüße euch erstmal, sage schönen Tag und den Verplauze einschalten, abonnieren und Analyzing. Analyzing machen wir mal Frets.